Ah, hier wäre noch ein Lager, okay. Ich habe hier Blut. Der eine Speer da sollte kein Problem sein eigentlich. Noch ein Wolfszeichen, Versteckung, Lederrüstung. Oh, und scheinbar können von dort gar keine Truppen kommen, weil das Hauptlager versiegelt ist. Hm. So, der ist tot. Gut. Entdeckung! Entdeckung! Krieg ich zurückweichen? Ah! Clanbrüder zu mir! Was liegt an? Mich zurückweichen! Entdeckung! Entdeckung! Von hier aus können wir auch von hinten das Lager angreifen, dann haben wir auch von da. Ein Gegenangriff! Krieg! Oh, da kommt wieder ein Großangriff. Nicht zurückweichen! Für den Clan! Dann machen wir erstmal das Lager platt. Zu den Waffen! Wir ziehen uns zurück, machen den Großangriff platt und dann machen wir hier oben platt. Für den Clan! Bin schon auf halbem Weg! Vorwärts, vorwärts! Ich rieche Blut! Ja, Orcs sind böse. Wo sind die Gegner? Also nicht so böse wie die Untoten oder so, aber freundlich sind sie auch. Sagen wir es mal so. Leichte Kriegsgrundskleide Klingenwaffen. Und einen Scharfschützenbogen. Krieg! Wo sind die Gegner? Tue wie befohlen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wobei, wenn wir die hier ausgeschaltet haben, können wir ja erst einmal mit dem Kommandant der Roten Legion reden. Tod den Feinden! Für den Clan! Vorwärts! Für den Clan! Ich rieche Blut! In Deckung! Krieg! Krieg! Lauft! Ja! Vorwärts! Sofort! Ist echt die Frage, will ich hier ein Holzfällerlager richten? Was wollt ihr? Die paar Bäumchen sind fällbar, aber der Rest halt nicht. Der Holzfällerhütte kostet 40 Holz. Na gut, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr als nur 40 Holz hier rausschlagen. Errichtet da mal eine Holzfällerhütte und fällt die Bäume hier auf. Vielleicht fällen sie ja auch die hier unten, die paar, ohne zu nah an das Lager von denen zu gehen. Da kommt schon wieder ein Angriff. Was soll der Mist? Für den Clan! Oder ist das nur ein Recruit und ein Scharfschütze? Die beiden, die sollten kein so großes Problem sein. Tote in Feinden! Drachlingsnester! Da seid ihr wirklich besser. Der Strang, der sich auch mit der ihr schubst... Die meinen es ernsthaft befohlen. Was zuerst was. Wo sind die Gegner? Brrrr! Bin schon auf halbem Weg. Ein Gegenangriff! Die rohe Blut! Was zuerst? Neugierbefohlen! Nicht zurückweisen Hm, was es da oben wohl noch gibt Runenkrieger, zu mir Stand halten, Männer Ja, auf mich kannst du ruhig paddern Ich steck das weg Was tue, Handelfohlen Oh, Bria-Wolfs-Elite Hinterkommen Nicht zurückweisen Mich zurückweisen Was tue, wie befohlen Krieg Tue, wie befohlen Klambrüder, zu mir Nicht zurückweisen Tue, wie befohlen So, jetzt hier alles ausschreiben Ein Gegenangriff Die meinen es ernst Krieg Die meinen es ernst Ein Gegenangriff Nicht zurückweisen Für den Klam Ein Gegenangriff Zu den Waffen Oh, da kommt jetzt wieder ein großer Angriff Hm Ich habe hier benutzt Entdeckung Sie meinen es ernst Ein Gegenangriff Klambrüder, zu mir Krieg Wo sind die Gegner Da kommt das, was mein Avatar allein Bin ich wohl auf halbem Weg In einen Turm reinzureißen Unter die Kisten Die Linien müssen halten Und wir kriegen auch Keine Nahrung Weil Wir keine Wildschweinzuchten haben Krieg Was liegt an Bin schon auf halbem Weg Lauft Feuerroter Turmschild Glitzer das Kurzschwert Okay Und hier Guter Leberhelm Und irgendein Feuerzauber Wir sind hier ohne Unsere Stadt wird angegriffen Wo sind die Gegner Die meinen es ernst Wo sind die Gegner Okay, sie schlachten jetzt Leute ab Okay, und dann die Drachen Da drüben komme ich erstmal nicht Für den Klam Bin schon auf halbem Weg Ich rieche Blut Lauft Tue wie befohlen So, das heißt Durch das Tor können sie nicht Sie können nur noch von hier kommen Das heißt Ich kann jetzt in Ruhe mit unserem Kommandanten Talikor reden Und mit ihm hier Mal gucken, was er noch möchte Und ja, dann können wir uns um die Lager Im Süden noch kümmern Und da müssen wir halt auch noch gucken Wie wir Ja, aus Vielmehr Den Splitter holen So, hallo Halikor Tretet näher Runenkrieger Ich hab schon viel von euch gehört Ihr seid der Kommandant der Roten Legion? Der bin ich Ihr habt unsere Siedler auf dem Gottfall gerettet Nun, ich bin Soldat Kein Barde Reden liegt mir nicht Dennoch Danke für alles, was ihr für uns getan habt Oh, äh Oh, erst mal Level Up So, jetzt können wir die Rüstung tragen Irgendwo ist hier irgendwann mal was schief gelaufen Aber das haben wir ja jetzt geklärt Warum habe ich jetzt 50 Weisheit? Naja, 55 Geschwindigkeit 50 Weisheit Das passt so Doh Und Und Dä varit Aber Du bist Du bist Du bist